Wir entwickeln eine neue Generation von numerischen Simulationsalgorithmen zur Lösung von komplexen, anwendungsrelevanten Problemstellungen. Uns geht es darum, Simulationen schneller, besser, robuster und effizienter zu machen. Es ist ein ganz vielfältiges und spannendes Anwendungsgebiet, was von der Finanzmathematik bis zu ingenieurrelevanten Fragestellungen reicht. Was ich mir wünschen würde, ist eine Offenheit über die einzelnen Fachdisziplinen, insbesondere hin zu einem integrativen Ansatz zwischen den Generationen und Fachkulturen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020